Ghost ist ein Pop-Song der deutschen Sängerin Jamie Lee Krivitz und die erste Single aus ihrem Debütalbum Berlin. Mit dem Song vertrat sie am 14. Mai 2016 Deutschland beim 61. Eurovision Song Contest in Stockholm, wo sie den letzten Platz belegte. Hintergrund Jamie Lee ist die Gewinnerin der fünften Staffel der Castingshow The Voice of Germany. Sie war Mitglied im Team von Michi und Smudo und trug im Finale den Song Ghost vor. Der von Zeitcoach Thomas Buchia sowie Konrad Hänsel und Anna Leine geschrieben wurde. Das Stück belegte Platz 11 der deutschen Single Charts. Eurovision Song Contest Am 25. Februar 2016 gewann Jamie Lee mit dem Song die deutsche Vorentscheidung unser Lied für Stockholm. Beim Televoting erhielt sie 44,5% der Stimmen. Entsprechend vertrat sie Deutschland 2016 beim ESC. Da Deutschland Teil der Big Five ist, war Jamie Lee direkt für das Finale qualifiziert. Dort belegte der Titel mit 11 Punkten den letzten Platz. Ein Punkt wurde von der georgischen Jury vergeben, acht Punkte vom Schweizer und zwei Punkte vom österreichischen Publikum. Chartplatzierungen Putz Vielen Dank.